Kurz und sportlich, wird gut ausschauen. Ich möchte das nicht. So, wir machen es jetzt angepasst, an Paco seine edle Kopfform, einen kurzen, sportlichen... ...Wenn er hat Schnitt, muss er direkt nur mit dem Tiefen sprechen, oder Paco sein, sehr sensibler. So, dann redest du so viel von Arschnein. So, wenn ich nur den Kopf fühle, gell? Hörsi! Hast du da keine Haare mehr zum Scheißen? Das ist ein Riesen-Gaudi! Warmer! Sind mir die Probleme vor allem am Hesel und die Baum? Sind keine Probleme. Wär du mal so alt? Was soll denn von der Haftenscheidung am Augen sein? Ja klar, locker! Meschen und ein paar Stufen hineinschneiden. Dauerwelt lassen wir weg, heim! Schauen Sie mal die Frisur vom Konne an. Ausbaufeld! Das kannst du laut sagen! Jetzt haben wir so viel Gel rein, die sind in der Nacht ganz stachelig. Zahnkuscheln! Das Video wird nicht veröffentlicht. Wie viel wird das veröffentlicht? Was glaubst du, wofür ist das Dreh? Zum Spaß? Für die? Nein! Das ist total berühmt werden durch das Video. Das Hormoro! Das Hormoro! Das Hormoro! Das Hormoro! Das Hormoro! Wer war noch bei dir Haftenscheidung? Die Frage ist, wer war noch nicht bei mir? Konne! Also nur um einige Prominente Namen zu nennen. Aromas Magelinskas, Viktor Schilagi, Martin Abadir, Michael Jochum, Roland Schlinger. Auch nicht Prominente wie Konne Witschinski habe ich schon geschnitten, zum Beispiel. Segen wir professionellen, wenn es dann was, oder? Ja! Unbelievable!